Willkommen zu einer Runde Molia 101s. Ich wollte eben Bad Wars aufnehmen, damit Lynn endlich mal nicht mehr enttäuscht von mir ist. Ja gut, nach der vierten Runde, wo ich von zwei Typen gepusht wurde in einem Solo-BW oder von einem Typen mit einer Zehner-Range gepusht wurde, hatte ich dann herzlich wenig Bock, das zu machen. Aber ja, darum soll es heute aber gar nicht gehen. Sondern es gibt Lehrer, mit denen kommt man immer besser klar. Es gibt Lehrer, mit denen kommt man schlechter klar. Das ist logisch. Und Lehrer sind schließlich auch ein B****. So, ähm, und ja, dann hatte ich halt aber auch einfach eine Lehrerin, die ist komplett dumm. Also nicht die, die ihr jetzt denkt, von der ich auch noch nie erzählt habe. Dazu kommt aber bestimmt auch irgendwann mal ein Video. Aber ich meine die andere, die komplett dumm ist. Ja, ähm, er hat ein bisschen angemacht, müssen wir mal dazu sehen. Er hat wirklich angemacht. So, und, ähm, also wie gesagt, ich habe sehr weiße Lehrerin und sehr weiße Lehrerin und sehr weiß-weiße Lehrerin und weiß-bott-weiße Lehrerin. Und sehr viel weiß, ne? Ah, hi. Ähm, und der Typ hat ziemlich kassiert. Naja, auf jeden Fall stammt von einer Referendarin, die ich mal in Geschichte hatte, die schlaue Frage. Und jetzt, hierfür bräuchte ich einmal kurz etwas Gedichtsstimmung. Wenn ich das Licht ausmache, geht dann das Licht aus. Ja, und sowas will halt studiert haben, ne? So, und auf jeden Fall sollten wir in Deutsch eine Rezession zu Nathan, dem Vollwaisen, schreiben. Während zwei Drittel meines Tisches hingeht und einfach eine googelt und die abschreibt, während unser Missgeburtenreft dann da zuschaut dabei, gehe ich hin und versuche noch selber eine zu schreiben. Logischerweise sind die mit dem Abschreiben ein bisschen schneller als ich mit dem Nicht-Abschreiben. Ich bin der, der angeschnauzt wird. Er findet es aber in Ordnung, dass sie die kopieren. Dachte ich mir dann auch nur so. Steven ist gewonnen! By the way, ich hätte leicht, ähm, hätten sollen. Tschüss. Digga, er macht, der Bogen macht immer noch kein Damage, du Vollidiot. Ähm, ja. Ich bin heute feiern. Und wir werden einmal ganz kurz die, äh, Stufen davon durchgehen. Hey, ihr lieben Flüsterfreude. So, der Herr, ich werde Ihnen, äh, verstehe, okay. Waren Sie süß bei Grimma? Genau, ich werde eben ganz kurz Ihre Haare riechen. Wunderschön. Ich werde jetzt, ähm, ihr wunderschönes Gesicht, ähm, entschuldigen Sie, entschuldigen Sie, mein Deutsch ist nicht so gut. Aber, Mademoiselle, und, ähm, oder der Herr, Sie sehen wunderschön aus. Ich zeichne Sie jetzt. Ich muss dieses kleinen Moment einmal kurz gucken. Und dieses wunderschöne Gesicht aufs Blatt Papier bringen. Achtung, Achtung, ich zeige jetzt Ihnen ein wunderschönes Porträt. Oh, gucken Sie sich das an. Wie schön ich ihre Augen getroffen habe. Digga, was will dieser Typ? Ich frage mich ja wirklich, was das werden soll, wenn es fertig ist, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne. Ich würde mal vorschlagen, 200 Milliarden Likes werden schon angebracht. Also, Leute, mindestens 400 Milliarden Likes will ich dafür dann aber auch sehen. Super. Schreibt mal einen netten Kommentar, wenn ihr bisher geschaut habt. Schreibt mal Seelöwen in die Kommentare. Bis dahin. Ciao.